Patrick Ehler und es steht 2 zu 0 Reiko Rapp ist völlig frei und ist zu frei Das 1 zu 0 Die Gäste stabilisieren sich da noch einmal Von Schallenbeiner in der Nachschule In seinem Konto nach dem Lackenpatsch Ich bist du wie beim Freistoß Für die Gäste 9 und 6 und 1 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 und 2 Patrick Ehler und es steht 2 zu 0 Reiko Rapp ist völlig frei und ist zu frei Das 1 zu 0